Hallo, willkommen im Brand Media Center Packaging in Wiesloch an der Speedmaster XL 145. Mein Name ist Erik Braun, ich bin Drucker bei den Heidelberger Druckmaschinen. Leider können wir die Formatklasse in Düsseldorf auf der Trupper nicht zeigen, würden dies aber gerne hier im Werk Wiesloch in der Halle tun und haben dafür für Sie einige Futures vorbereitet. Das wäre einmal ein High-Quality-Job, der eben die Qualität der Maschine zeigt. Dann hätten wir genauso auch noch einen High-Volume-Job, der eben die Laufleistung repräsentiert und haben dazu noch einige Einzelheiten, die wir Ihnen als Neuerung noch gerne vorstellen würden. Das wäre einmal eben der schnelle Jobwechsel, den wir anbieten. Dann haben wir die 18.000 Bogen in der Stunde mit dem PSP, mit dem Packaging Speed Performance. Dazu kommt dann der Auto-Blade Coating, was eben jetzt unser automatischer Lackplatten wegserviert. Und als eine andere Neuerung haben wir noch das Inspection Control jetzt auf der Maschine zur Qualitätsüberwachung während dem Vordruck. Genauso wurden auch andere Features überarbeitet. Das wäre in dem Fall das Infras Control 2, das wir zum schnellen Messen und Regeln anbieten. Und dazu kommt auch noch das Remote Panout Control zur Fernverstellung der Hinterkante. Es wäre schön, wenn wir Sie hier im Werk in der Halle begrüßen dürften, um diese ganzen Neuigkeiten einfach mal zu präsentieren. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020